Jede Menge Papierkram. Seit über einem Jahr kämpft Nasser Kassab um die Anerkennung seiner Ausbildung, weil er in Thüringen arbeiten will. Er hat bereits ein Praktikum im Eisenacher Krankenhaus gemacht und sieht keine Probleme. Die Prinzipien im Labor ist fast gleich in Syrien oder in Deutschland. Er brauchte eine Übersetzung aus dem Arabischen, denn das Landesverwaltungsamt wollte einen ausführlichen Lehrplan der Labortechnik in Syrien haben. Dafür müssten 56 Seiten übersetzt werden, und zwar von einem anerkannten Dolmetscher. Es kostet 4.000 bis 5.000 Euro, das ist zu viel. Das Jobcenter wollte und konnte die 4.000 oder 5.000 Euro nicht bezahlen, aber weder Nasser Kassab noch das Landesverwaltungsamt gaben auf. Es kam ein neuer Vorschlag auf den Tisch. Nasser sollte eine Kenntnisprüfung ablegen oder einen Anpassungslehrgang machen. Das Jobcenter will ihn dabei finanziell unterstützen. Wir haben hier in Eisenach eigentlich Arbeit ohne Ende und sie sind auf einem guten Weg und da können wir uns heute mal drüber unterhalten. Im Jobcenter gelingt es bisher nur selten, Flüchtlinge in ihrem erlernten Beruf zu vermitteln. Denn die Ausbildung in Syrien sei weniger anspruchsvoll. So hat Nasser Kassab als Laboratoriumsassistent nur zwei Jahre lang Theorie gelernt. Zwei Jahre theoretische Ausbildung ist weit weg von unserer dualen Ausbildung. Und daran merken sie schon, das passt nicht zusammen, das kann man nicht übereinander legen. Bei Nasser sieht es trotzdem gut aus. Er will das lernen, was ihm für die Arbeit in einem deutschen Labor noch fehlt. Das fand ich sehr gut. Ich möchte auch weitermachen. Jetzt sucht das Jobcenter einen passenden Kurs oder eine Prüfung für ihn. Aber Nasser Kassab nutzt die Zeit. Er arbeitet ehrenamtlich beim DRK mit und er macht weiter Sprachkurse. Sprachkurse.